Schauen wir mal auf die Karte Hier nach unten Ah, vielleicht Vielleicht mit der Schleuder Sehr schön Jawohl, ja Hier ruht die schwarze Bestie Und was machen wir mit der schwarzen Bestie? Naja, wir bezämen sie Versuchen wir es mal mit Ackum-Kern Oha Das war billig Ich halte den X-Juwel Und da ist er nämlich auch schon Der Schatz einer vergangenen Ära Wo ist der nächste? Der nächste Schatz ist hier Hütte der allwissenden Aras Ach, nö Ach, wieder nichts Interessantes dabei Wo? Habe ich die Flasche bekommen? Ja Naja, 13 wählen Das war es jetzt eigentlich nicht wert Aber wir haben mehr als vorher Nichts war es Das hätte ich mit Sicherheit schon vorher probiert Wo geht es weiter? Da oben links Also let's travel Einmal raus aus dem Bild Raus aus dem Bild Und einmal wieder hoch Und neue Kerne ernten Nein Zack Ja, wir müssen jetzt mal den Wegschwimmen Rechts Und hier runtertauchen Der nächste Juwel befindet sich ja in der Nähe der Tanzdrachenhöhle Wie ihr euch Wie ihr seht Wie ihr euch seht Schwimmen, schwimmen, schwimmen Gut, dann geht's hier hoch Karte bitte Danke Zwei Stück müssen wir hoch Eins Und wir machen mal besser Sommer Weil sonst kommen wir hier nämlich gar nicht rauf Herbst Nee, Frühlings Das vergesse ich Ach, ich weiß auch nicht Rechts Äh, links müssen wir Verdammt Ja Das war nicht von der Folge gekrönt Das ist im Wasser Irgendwie Blumen blühen aber jetzt Ich versuche mal Irgendwo hoch zu kommen Ich hoffe das stimmt dann auch Wenigstens gibt's ja Na, verrecke Und das sind auch immer so gute Sachen Jawohl So, gleich mal einen Anruf bekommen Das ist klasse Halt Da war ich doch gold richtig scheinbar Na, was haben wir hier denn schon Den Pyramidenjuwel Den Pyramidenjuwel Der Pyramidenjuwel ist Hier Am Nordhoron Oder Spindelsumpf Je nachdem welchen wir als erstes holen wollen Schauen wir mal, dass wir möglichst da hinkommen Feder Nicht Feder Achso Soll ich vielleicht auf festen Untergrund stellen Am besten hier Spindelsumpf Gut, jetzt hier möglichst nach unten Noch eins nach unten Noch eins nach unten Und nach rechts Zweimal War ich doch vorhin schon Während ich die Gewählungssucht habe Aber Wie auch immer Könnte ich mal in die Höhle Na komm Sehr schön Was finden wir da toll Ein Ring Ja Geld wäre mir lieber So nützt ein Ring Ja mich auch nichts Wenn ich sie nicht schätzen kann Ah ja Da ist eine Höhle Sehr schön Stimmt das? Jawohl Hallo Oh Hüter der Essenzen Ich habe deine Ankunft erwartet Ich gebe dir diese Den Rundjuwel Es fehlt noch genau einer Genau, jetzt gehen wir zweimal nach links Restküste Ich hoffe, dass wir so überhaupt da hinkommen Also ich werde hier meine Flasche sicherlich nicht verschwenken So Ah ja, da brauche ich Winter So viel weiß ich jetzt schon mal Hi Leute Hi Life oder was? Dann suchen wir doch mal Nach Baumstümpfen hier in der Nähe Weckt mich doch am Arsch, ey Entschuldigung Uh ha 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 Uh ha